So, wir sind wieder dabei, äh, äh, was ist das hier, Karschbesückgrenze. Willst du rein mal? Wo will ich rein? Elite. Jo, geht klar. Jetzt machen wir hier Double Vision, oder was? So. Hm. Ist hier schon irgendwo was Gegnerisches zu sehen. 40 LLV. Ist das nicht leicht. Oder anti-luft. Na, guck, so in die Zogenbegehung, so, okay. Ah. Der Helium. Alter. Boah, der Jet hat uns gerammt. Alter. Alter. Der Scheiß Jet hat uns vorher gerammt gehabt einmal. Netter Jet. Vielleicht war der Heli doch nicht so eine gute Idee. Hier steht auch einer noch AFK, einer Dings. Das ist auch toll. Dann gehe ich mal wieder zu der Bergspitze, weil da kann man immer am meisten Kills machen, ohne Fahrzeuge. Hallo, Marcel. Hallöchen. Hallöchen. Schiss. Shit. Schiss. Schiss, Mann. Da oben. Auf den Dings. Ah, Mann. Hast du ihn? Äh, nee. Ach da. Jetzt? Ja. Aber hier war noch einer. Und im gegnerischen Team ist der gesamte, äh, Rock-Clan. Ja. R.O.K., oder was auch immer. Der legendäre Rock-Clan. Ja, ja. Dem der Server gehört. Das ist ja auch wahrscheinlich auf dem Server. Wie kommt das denn? Dem gehört der Server auch? Ohlala. Ja. Sonst würde er, glaube ich, nicht Rock-Server heißen. Scheiße, ich habe den Namen nicht im Kopf. Was hast du überhaupt im Kopf, ne? Nur Luft, Ass. Was? Du Luft, Wasser. Da, 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 hoch? Ja, jetzt ja. Hoffnest du da keine Minen. Das sind 1000 Minen. Was? Alles gut, alles gut. Ah, shit. Ach komm, jagen wir mal die Tankstelle hoch. Willst du da nicht die Minen von der Straße entfernen? Niemand kommt darauf, dass jemand in der Tankstellen soll. Ich sehe aber auch welche. Ich sehe ja keine mehr. Plage Aoba. Ah, da hinten ist was. Oh mein Gott. Scheiß Tanks. Nein, da ist jemand. Hier, jetzt geh abwacken. Fuck, 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 fuck. Hat er dich, Marcel? Nee, Argen. Nee, mich hat er auch, ne? Mich hat er. Hä? Ich stehe hier neben dir. Achso, das war Marc, okay. Tank. Irgendjemand ist hier. Ah, ich wollte sagen, irgendein Gegner ist hier noch. Ich fände, ich fände, man ist geil. Das scheiß Visier freischalten, man geil ist. Lieber bin ich ins Feuer gegangen, als durch den Tank zu sterben. Und ich gehe ins Feuer, um Marcel zu beleben. Oh, bist du beknappt? Das bringt doch gar nichts. Oh. Bist du tot? Natürlich. Ich hab da nur 20% Leben. Komm, steigt ein, steigt ein, steigt ein. Ja, ja, ich bin drin. Warte, pass auf. Mean, mean. Oh, egal. Fahren wir zu B? Nee. Au. Au. Fahren zu B. Da waren die Gegner. Au, 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 au. Schrei ever. Aaaaaaah. Wo ist der denn? Ähm, am Elektro-Kasten. Scheiße. Er ist im Haus gewesen. Adrian hat mir die Superhorny weggeschnappt. Ja, und der Typ, der da gerade einsteigen wollte. Habe ich jetzt für die Skylight eigentlich das neue Visier schon? Egal, Dirty Buggy Action hier. Döner-Express und so. Ja, ich kenne mal, Marcel. Wenn du wieder, wenn du zur Gapko wieder zu mir kommst, habe ich das auf dem Auto drauf, ne? Oha. Auch so früh, nach einem Jahr. Au. Das ist ja gut. Hier war einer. Alter, da oben. Ich habe ihn gesündet. Oh Gott, ey. Das geht echt nicht, oder? Das kriegen wir echt auf die Fresse. Ach, ich bin Bock mehr auf, Marcel, ich lande ihn dir. Willst du ihn dann haben? Nein. Warum? Weil, Marcel, wir sind beide Erste. Du hast drin gesessen. Ich bitte dich. Wir sind beide, werden beide ganz oft abgeschossen. Wir sind beide Erste auf dem Team. Da sieht man mal, wie scheiße das Team einfach nur ist. Okay, warum wir Erste sind? Doch, Marcel, du kannst den Jet haben. Und jetzt bin ich in einer scheiß Base gespawnt und weh, du fährst mit dem Wagen weg und wartest nicht auf mich, also wirst du. Marcel, du kannst den Jet haben, ich bin auf der Landebahn. Ja, dann kann ich ja irgendwer anderes sagen. Wozu hell fährst du hin? Was machst du da, Junge? Was machst du da? Fahr doch mal richtig. Boah, was ist denn da für ein Spaß hier in dem Buggy? Alter, wo bin ich denn hier? Fahr doch mal. Bist du bescheuert, oder was? Hallo? Ohne Spaß. Dieser Wichser, Alter. Der überfährt mich an, dauernd... So ein Hurensohn, ey. So ein Hurensohn. So ein kleiner Wichser. Adrian, steig einfach in den Buggy ein. Das hab ich jetzt gemacht. Der Pen hat mich die ganze Zeit überfahren. Überfahren, du überhin. Ja, so macht man auch seine Punkte mit einem AFK, oder? Ich war ja nicht auf, klar. Ja, aber ich meinte, ja. Ich hab die ganze Zeit probiert wegzurennen und dann zack, bei den Buggy einfahren. Ich bin das doch. Schieß doch nicht auf mich. Sag mal, seid ihr alle behindert, oder was? Ja. Mein Team ist doch bescheuert in der Fresse. So, jetzt mach ich den Panzer hier fertig, ey. Max, soll ich dich mitnehmen? Wo? Ja, halt, halt! Ich hab ja schon an Bremsen gedrückt. Halt! Jetzt steig doch rein! Geh, 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 geh los. Hier ist irgendwo rechts, hier ist ein Sniper, da hinten, auf, auf. Oh, fuck! Fahr schnell! Schneller! Ja, noch schneller geht nicht! Okay, frei. Äh, hier steht ein Panzer. Oh, oh, hä? Mach ihn kaputt. Ach, nein, LAB. Oh, Gott! Mach ihn kaputt. Mach ich ja. Mach ihn kaputt, sag ich. Hier steht wirklich ein Panzer. Oh, ist vorhin nicht bei dir! Also, ich sitz im LAB drin, so ist es ja nicht. Der wird jetzt kaputt gemacht. Marcel, der Turm hinter dir fällt gerade um. Ja, ja, macht er nix. Warum bist du tot? Ähm, weil ich nur noch 4% Leben hatte, deshalb bin ich in den LAB gegangen und der war letztendlich auch kaputt, weil ich ja schon fast kaputt repariert hatte. Halt, zu viel, ich bin dritter. Was, du bist dritter? Oh, nein, Marc. Das ist ja zu krümmend. Das sind alles Noobies hier, alles, alles voll Trottel und... Äh, hallo? Hallo, ich würde gerne mal anvisieren. Könntet ihr die Laser-Markierung aufrechterhalten? Warum, solle, laufst du hier mit einer Armbrust rum auf so eine Distanz? Ich? Ja. Weil Arjen jetzt Pro-Skoper wird, ja. Da muss doch keine Fernkampfe drauf. Ich habe da ein Cobra visiert drauf. Weil ich eine andere noch nicht frei habe. Alter! Wir sollten als Team rumlaufen. Also ich bin im Panzer. Irgendwie habe ich auf der Map keine Lust auf Scharfschütze. Ist ja auch schwarz Sinn. Wieso? Die Map ist viel zu unübersichtlich mit den ganzen Bäumen und Bergen und allem. Oh, als guter Scharfschütze kannst du ja trotzdem was reißen. Ja, schön. Können wir fahren, können wir fahren, können wir fahren? Ja, ich wollte nur kurz das Auto zerstören. Wann das schön. Könntest du schießen? Ja, ich schieße den, ich treffe den ja nicht. Ich auch nicht. Guck mal da, das ist doch lächerlich. Jetzt klebt er auf einmal um. Ja, das ist doch komisch. Äh. Okay. Hä, wie ist das? Er ist nochmal umgefallen. Er fällt die ganze Zeit um. Er fällt mir nicht. Guck mal, ah, du musst dir, er fällt nur um, wenn du wieder hinguckst zu dem. Jetzt ist er komplett weg, weil er weggesprengt wurde. Moment, ich muss mal gerade den Heli runterholen. Ich fühl mich irgendwie nicht wichtig. Ich bin zweimal schon in den Heli reingestogen. Das hat einfach keinen Effekt mehr. Oh, hier sind Gegner. Los. Alter, wann bin ich denn endlich mal nah genug dran an dem scheiß Heli? Jetzt ist er dauernd. Du hast euch zerstört. Ah, du hast dich scheiße, Flieger. Ich meine, man sieht nur noch so deinen Namen, man sieht den Heli. Dann sieht man gar nichts mehr. Ach, Mann, ey. Mark, willst du dann jetzt wieder mit? Jetzt, ja, hier waren gerade immer von zu den Gegner. Ja, ich war wieder retten. Halt, stopp. Jetzt. Kann losgehen. Da ist schon wieder was markiert. Was ist das denn hier? Wird das denn denn rennen oder was? Hilfe! Der Typ hat sich selber weggesprengt. Wie geil das aussah bei mir einfach. Unser Team markiert die ganze Zeit was zu der Luft, deshalb fahre ich so komisch. Na, da ist schon wieder ein Panzer, der jetzt schon auf uns schießt. Avian, gib uns Luftunterstützung. Oh Gott. Schießt. Alter, das sah richtig geil aus. Auf einmal reiht sich ein Jet vor mir ein. So, noch ein Überfahren. Au. Ich bin's irgendwie gerade voll... Wieso schaltest du den Ding mal raus? Ey, ich war gar nicht bei dir. Ich musste als Infanterie ausschalten. Was ist jetzt? Luftunterstützung? Au, 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 au. Ich bin tot. Ja, Luftunterstützung brauchen wir jetzt nicht mehr, Argan. Jetzt ist auch vorbei. I just, I just got a ribbon. Guck mal, das sind alles so Nubis hier auf dem Server. Der, der eine spricht sogar, was ist das für eine Sprache? Tschechisch? Und, und... Das ist vielleicht, das ist sicher, äh, ne, polisch, äh, polisch, äh, polisch. Polisch. Genau, polisch. Die polischen Leute sind hier. Aber die Klaune haben auch die ganze Zeit die Wagen, ey. Das kann doch nicht sein. Ja. Das ist aber, glaube ich, die Natur, die Natur von Battle 4. Ich kann hier nichts bei... Hallo? Ihr fahrt dran vorbei. Ich will den wieder... Ich will den... Jetzt habt ihr den überfahren. Wieso kann ich da nicht einparken? Hallo? Ist das ein unsichtbar? Wand, oder was? Dankeschön. Wie sollst du denn einparken? Oh, Mann. Ja, warum nicht? Weißt du, wie man sich bei Milfee Parkplätzen macht? Mag der? Ich glaube, es ist toll, die Leute jetzt. Und fahr einfach mit dem Jeep durch die Gegend. Und fahr die immer. Warum lackt die Killcam? Also die, wo das blaue Ding eigentlich immer so... Gute Frage. Also bei mir lacken, äh, die Gegner werden sie sterben. Ja, das, das, genau. Das tun sie auch beim blauen Hintergrund, ne? Nee, allgemein. Nee, das nicht. Ich empfieh gerade mal wieder der geile Moment, bei dem Jeep, der das erwähnt hatte, wo du sagst, dass du Gegner war first, wo ich mit dem Gegner im Jeep zusammen drin saß. Hey, ich hab schon wieder einen gekillt. Oh nein, das geht den Berg runter. Da hinter ist einer, da hinter ist einer gewesen. Wer war hier noch? Da ist er. Tot. Hier ist ein frühes Leben. Ah, hinter mir, hinter dir, hinter dir. Jens, Jens, hinter dir, hinter dir. Äh, du, was? Jetzt auf dem Kreis. Alter, was rennt er denn im Kreis vor? Na weg, jetzt bleib doch mal stehen, du Allafotz. Kommt da. Was denn? Was heißt es vor? Da, oh, oh. Jens hat's mit dem dicken AMG. Mit dem dicken? Ja, Jens hat gerne einen dicken. Äh, wegen des Pier? Ey, dieser Blackfahre hat Ölprozent Leben, ne? Sag mal, warum würden das hier eigentlich kommen? Ist hier irgendwo ein Gegner? Ja, hier sitzt ein Gegner. Wo? Ah, what? Nehmen wir eh einen? Ja, ich hol mir hinten mal den Jeep. Ja, da schießt er wohl. Ich denke aber nicht, dass der hier, äh, der schießt die, äh, Felsen. Jetzt, äh, Marcel, warte mal, warte mal, warte mal. Ah, stopp, hier. Ah, wo fahrt ihr denn hin? Stopp! Hä? Wo willst du denn lang? Hä? Ist er jetzt weg? Ist er nicht Platz? Ja, jetzt, der war doch eben woanders. Was? Fahrer, schneller! Ja, schneller wie schnell geht nicht? Oh Gott, Fels, Fels. Ja, ist durch, die ganze Zeit stimmt. Stell dir vor. Doch, jetzt zur Spannung. Oh Gott! Was für eine Spannung! Mach ihn doch ab! Läng ihn! Ich schieß doch, aber das Ding macht so wenig Schaden, ich kann da nix machen, man! Ich kann da nix machen, ich bin gestorben! Weil ich ins Feuer gelaufen bin, ey komm, leck mich, Alter! Wir gehen halt ganz schön öfter durchs Feuer! Der hat nicht gemerkt, der hat einfach so ein Messer direkt vor mir gezückt, weil genau das gleiche, dass ich wollte! Ja, das ist mein Messer! Der Ninja! Ah! Ah! Okay, aber es ist noch gut, dass wir nachdenken! Ninja! I've got a Ninja! Hier, willst du leben? Ja! Da ist noch einer drin, oder? Ein toter, ja! Also wenn du dich gern mit Leichen verknügst, ja, da wirst du... Oh, hier ist ein Gegner gewesen, hier ist... hier irgendwo... Hier! Er ist tot! Da hinten ist noch einer! Das finde auch mal was übelst! Ey! Da hinten ist einer! Da! Na? Hinter dir, da im Busch ist einer drin! Egal, haben wir halt woanders! Was? Da hinten ist einer! Er schießt auf uns! Er schießt auf mich! Er schießt auf uns! Er schießt auf mich! Er schießt auf alle wieder! Okay, warte mal! Stopp! Halt! Jetzt bist du weggefahren! Ja, ich bin schon längst bei den Gegnern! Kriegst du das, Marcel? Nee! Wieso nicht? Der Russe hat mich getötet! Er liegt am Müllkommel! Alter, da liegt noch ein anderer... Ach komm! Noch ein anderer Russe? Nee, dieser Pole! Dieser Space... Space... Space Pick! So, okay! Aber dann steht hier nicht zufällig ein LAV neben uns! Vor dem stehe ich gerade! Ich spaw mal bei Marcel! Nein! Jetzt bin ich in der Basis gespawnt! Oh, hier ist ein LAV! Sexy! So! Hauptsache der LAV ist kaputt! Selbstwort scheißegal! Verdammt! Das läuft manchmal noch scheiße! Aber immerhin haben wir jetzt weißlich D! Ha! 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 Oh mein Gott! Donut do it! Oh, wie kleine Ameisen rennen sie da unten lang! Guck mal da, da sind alle... Sie fallen alle mit dem Fallschirm! Ich bring sie ab! A! A! Okay, D! D! Und die D! Okay, wodurch bin ich jetzt gerade greffiert? Pech? Schon mein dritter Pech-Tot in dieser Runde Wo ist ne hessige Heli von denen? Alle rein hinter dir auf den Berg Autsch Dem weg von dem ich gerade stehe, ne? Hm Boah, wie schlecht war das von mir bitte schön Wie schlecht hab ich da gezielt? Ach, keine Ahnung Noch einer hier? Appaloopa Ha! Daneben, du Noob! Ne, sachlos, der respawnt aber Könnt ihr mal schnell zu B kommen oder so? Ne, bei D ist gerade fette Party Ja Das Weltraumschwein ist schon wieder da Wo ist, ich will doch schnell ein... Äh? Was wird das denn? Kann ich wieder mit B? Ah, ihr solltet ganz schnell zu D kommen Okay, wir haben D verloren Das war zu langsam Was macht ihr denn auf? Hilfe Mag sei jetzt zu dir kommen? Hilfe! Reparieren! 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 Was sei denn? Reparieren! Oh, ich bin tot Halt, stopp! Halt, stopp! Halt! Bin tot! Fick dich, Aja Ja, ich bin ja gerade tot von der Motorhaube gefallen So! Au! Ich steh unter schweren Beschuss Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Was ist das denn jetzt? Ich wurde rausgeschossen Von wo? Vom Berg Oh! 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 Ich stand vielleicht ein bisschen nach vorne Jens, stirb, du Homo! Du hast die Erzliche nicht getötet, aber das tut mir leid! Ja, nur weil du da stehen geblieben bist! Wie geht's dir denn? Ich wollte mal sterben! Ich wollte mal sterben! Boah, fack weiter! Mann, oh! Also ich hab noch 56 Schuss im Alter! Ey, ihr braucht Leben, ihr dummen Leute! Wir brauchen kein Leben, ich hab 100%! Ich hab 250! Aber Adrian, er war doch grad gut gewesen, ne? Ja! Oh, die Sonne blendet! Ich seh den Gegner nicht! Bist du tot? Ja! Die Sonne hat, wie gesagt, er blendet! Ich hab nichts gesehen! Genauso wie du! Ich bin schon wieder tot! Hä? Wieso? Aber... Da oben sind 3 Gegner aufm Berg! Dritte C! Ah! Boah! Er revived! Marc will halt den Gegnern auch mal ein paar Killscan, ja? Äh... Wir sind wieder Snipper! Wen schnippst du denn weg? Ne, ich flipper mein ich eigentlich. Was, 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 was... Ey! Achso, das... Ich dachte, das war ein Gegner! Äh... Marcel, was machen wir jetzt? Äh... Keine Ahnung, ich bin dann... Das Auto eingestiegen und bin jetzt tot! Achso, dann bist du das auch... Hä? Wieso bist du tot, Marcel? Äh... Landmine? Ha! 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 Na, wo seid ihr? Bei C! Bei C! Bei C! Super! Da müssen wir uns eigentlich gleich sehen! Und ich kann mich gerade nicht mehr vorwärts bewegen! Ich bin immer so beeindruckend! Boah! Die Scheiß-Swiper von euch! Mann! Könnt ich die mal vor dem Himmel holen? Kannst du die nicht vor dem Himmel holen? Ne, ich hatte gerade die mitgemacht! Hihihihi! Okay, was sagen wir? Am Anfang ist bei C immer alles so extrem bewaldet und dann eine lokale Fläche später! Ja, so muss das, ne? So sieht das auch im Himmel aus! Könnt ihr schnell spawnen? Äh... Vielleicht? Also so in 3 Sekunden könnte ich spawnen! Und Adrian ist ja sowieso da hinten als Sniper unterwegs! Adrian, tötet den nochmal da an der Fahne! An der Fahne? Wo denn? An der Fahne! Eine andere Fahne gibt's hier nicht! Alter! Jetzt hab ich ihn tot! Da ist noch einer! Hab ihn! Äh, Medipack ist draußen! Ja, man sieht ja wohl die... Das Laser-Site, oder nicht? Nein! Hinter uns! Hinter uns! Dann an der falschen Seite da! Oben aufm... Dings! Und hast du denn mehr wie Kuh drücken kann ich auch nicht! Das sind so viele Leute! Da sind zwei Leute gerade wieder! So, Jungs ist down! Oben rechts da ist uns! Ja, ja, ich muss nachladen! Dieser Space-Pack ist hinter dir! Ey, scheiß SKS, Alter! Hat er nicht wild, Marcel? Nein! Nein! Also doch! Er hat mich getötet! So ne Scheiß, muss ich nix draufhaben! Los, Mark! Vollgas! Jetzt gibt das hier... Wo wollen wir nochmal hin? Äh... C? Das ist ein Panzer! Oh, wir überfahren den Typen da erstmal! So, das! Wir überfahren den Panzer! Da war's Jens! Da war's Jens! Da war's Jens! Da war's Jens! Nein! Wieso nicht! So! Schön über mich hinweggesprungen, ne? Hm... Ich bin aber vorher noch ausgestiegen! Ja! Ah! Nein! Lass mich! Hä? Wie viele Slipper die Gegner einfach mal waren! Weißt du, der eine ist Sniper entdeckt den anderen! Das nennt man mal Teamwork! Oh, hier ist ein Spawnbeacon! Äh, Mark, willst du mich verarschen? Hier ist ein Spawnbeacon! Wo isst du? Du revivest mich! Hier war gar keiner! Ich steh auf und der Sniper steht direkt vor mir! Was? Hier war gar keiner! Alter, der ist ja schon wieder! Oh ne! Achso, da! Jetzt ist er tot! So, jetzt! Hey, da unten ist einer! Scheiße! Alter! Willst du mich verarschen, Mark? Da! Wir müssen bei der Aufnahme gucken, da war nix! Das war kein eins, Digga! Wo ist denn der? Er ist von dritten wie... Dritten wie weit war da einer! Weißt du? Weißt du? Ich greif den Sniper an! Hm! Ein anderer Sniper snipet mich! Mark revivet mich! Mich greif schon wieder der Sniper an! Mark revivet mich! Mich greif schon wieder der Sniper an! Mark revivet mich doch mal! Jetzt gerade fehlt es mich eigentlich! Hinter uns! Alter, ich jetzt sind zu viele Gegner, ne? Ahhhh! So! Jens ist da! Jens! Nein! Hä? Hab ihn nicht gesehen! Alter, guck mal wie viele Punkte ich da durchgemacht hab! Ja, ich lebe wieder! Huma Puma, was willst du? Huma Puma, you feel me wet? Was? You feel me wet? Huma Puma... Was? Keine Ahnung was er will! Ist das ein... Ist das einer von meinen Kollegen von... Dings? Keine Ahnung! Stay with me now! Stay with me! Ah, jetzt! Oh! Fuck! Auch nicht richtig! Oh! 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 Das sind immer so die Stimmungskiller, ne? Weil es bekämpft die ganze Zeit so normalen... Ja! Voll Action und so! Und auf einmal kommt irgend so ein Spacko mit seiner scheiss Schrotflinte da an! Oh! Oh! Ehrlich! Ihr habt auch so eine scheiss Camper bei euch, ne? Ja stell dir vor jedes Team hat Camper! Ohne Camper gäb's kein Shooter! Oh ihr bist ja der hessiger Nigger bist du doch! Man ey! Das kann nicht sein hier! Du seid ihr jetzt schon wieder unterwegs! Man ey! Kann mich irgendjemand revifen? Bleib noch kurz liegen! Moment! Ach zu spät! Der Buggy wollte nicht mehr vorwärts fahren. Hallo? Ich werde dich gerne wieder belegen. Da kommen drei Gegner hoch. Rechts. Ja, aber das waren zu viele. Pass auf, Adrian. Drei Gegner. Adrian. Pass auf. Drei Gegner. Adrian. 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 So, Hauptsache Jens ist tot. Ich hab so ein Kühlfaktor gemacht. Was ist? Scheiße, wo bin ich gespawnt? Was meinst du Jens? Wart's ab, du. Oh, du bist ja schon tot. Ah. Ha, Cookie Army tot. Ich hab den Armbussschuss voll gefailt. Egal, Hauptsache Adrian getötet. Irgendein von euch weggeholt. Was, muss ich uns noch ziehen? Was ist da los? Tja, irgendwann müsst ihr auch mal wieder Punkte einnehmen. Guck mal, die Giefer da oben. Und, wird das funktionieren? Ja, keine Ahnung, ich kann den nicht wieder wieder. Steig ein, Adrian. Hey, wer hat... Hat der Typ mich gerade als Aim-Bot in den Kant geschimpft? Hm. Alter, fahr schnell weg, hinter uns geht die Action gerade. Fahr schnell weg, hinter uns geht die Action. Was ist das wieder aus? Wie kann man meine Mutter knutschen, Kanne? Weißt du, was wir gerade abkriegen? Die Viper wollte uns rammen. Rammen. Rammen? Oh ja. Nein, ich bin tot. Welche Viper denn? Welche Viper denn? Was denn? Ach, der Typ, äh, dieser Blue-Black-Fire, äh, Blue-Black-Fire ist ein Hacker. Also, falls ihr ihn seht, könnt ihr ihn auch gerne reporten. Ja, ist mir klar. Wer denn? Black-Fire? Hey, Jens, auch Zweiter. Also, irgendwie sind die Teams beide nicht so gut. Und das, obwohl die Gegner in den Liegen mit dem Rock-Clan haben. Ja, der irgendwie gerade nichts kann. Und die keiner kennen. Hier war ein Gegner, ne? Irgendwo? Ja, der ist hier gerade runtergesprungen, da unten ist er. Hast du ihn? Da ist nachspringen. Ja, der stimmt. Aber hier sind noch drei andere. Ach, Jens! Oh Mann, Jens, du kleiner Bussi-Nicker. Bussi-Nicker? Ach, Jens, 5 zu 2 für mich. Was? Ja. Jetzt hat Jens gerade beim Tod gelaggt. Das war, was ich meine. In der Kill-Camp. Ja, Jens laggt bei mir immer. Also, allgemein alle laggen bei mir, wenn sie sterben. Aber nur in der Kill-Camp, ne? Ja. Ja, genau das meine ich auch. Was ging jetzt ab hier? Warum schießt ihr alle? Sollte man nicht für Frieden sein, wollen wir nicht mit weißer Fahne durch dieses Leben laufen. Nein, dann wird's einfach halb zu lang, weil er halb zu Luft ist. Ha! Der Jens! So ein Spackennacken! Ein Spackennacken. Der trotzdem 4-3 für mich, ne? Bitte! 4-3 ist doch gar nichts. Da oben steht einer. Das Spiel ist scheiße. Das Spiel ist scheiße? Ja, das ist gut. Das Spiel ist geil. Findest du? Ja. Also, ich hab zwar nicht viel davon gespielt, aber das was ich gespielt hab, beziehungsweise auch noch gesehen hab, fand ich nicht so berauschen. Was geht ihr denn überhaupt? 4-3. Achso, das Spiel ist scheiße. Das Spiel ist geil. Ich dachte, ihr meint gerade diese Runde bei Battlefield. Nee. Ja, die dachte ich auch. Nee. Also, ich sprach noch 4-3. Hilfe! Ja, 4-3 ist scheiße. Hilfe! Fuck, ich bin tot. 4-3 gut. 4-3 ist scheiße. Oh, viele Gegner. Ich will dich. Oh, wir haben gar nichts. Ey, guck mal. Ich bin hier erster mit, äh, die Gegner sind auch kacke, sind die. Guck mal, da hat der erste. Ja, ja, das sagen immer die Medics, ne? Die Gegner sind kacke. Also, ich hab wirklich nicht so viel revived, ja. Das muss man wirklich sagen. Nein, nur mich dreimal. Ja, aber sonst. Aber sonst. Ja, und sonst auch immer. Sonst auch immer. Das war mal. Das musst du wirklich gucken. Ich geh mal davon aus, dass wir... Ja, du bist einfach nur blind. Guck, ich hoffe. Das wäre mein Video nicht. Aber... Dann kannst du sehen. Das... Das war... Niemand konnte das voraussagen. Adrian hat Schmerzen. Wieso? Ja. Du meintest doch... Aaaaaaah. Weißt du, der Schuss kam so direkt aus meinem Monitor. Hallo Marcel. Durch mein Zimmer geflogen. Wohne zum Querkleger. Marcel, entdeckte den Creeper. Aaaaaaah. Oh. Aua, aua, aaaaaaaah. Ab ihn, ab ihn, ab ihn. Willst du leben? Nö. Nee? Nee. Kannst du in die Luft werfen. Auf zu dir. Was ist das? Das ist meine Bergspitze. Geht ja weg. Au. Panzer. Ich begrüße sie. Alter, warum macht das Panzerding? Puh. Kampfunktion für mich gemacht und dann hat er mich gekillt. Lol, whoops. GP exploded. Hahaha. Fick dich. Oh, der Panzer wird repariert. Mag das glaube ich einen Daosch packen? Nein, das ist doch noch einer. Lol, whoops. SGP exploded. Kann der Typ aber bitte Deutsch reden? Du meinst Denglisch? Denglisch? Mag spauen doch bei mir. Red mal Deutsch, Junge. Da im Chat, ey. Wir sind ja auf einer anderen Seite. Ringerdeutsch. Blackfire? Okay, der hackt doch nicht. 10 zu 20 ist ziemlich schlecht. Achtung. Alter. Ja. Ich hab schon wieder einen Typen, der mit dem Schick der anfangen wollte. Tot. Tot. Revive. Ja. Danke. Bitte. Achtung. Wo? Hier hinter. Schon wie das dauert. Ja. Braucht ihr Luftunterstützung? Ich bin tot. Wir brauchen die ganze Zeit Luftunterstützung, wo bleibst du eigentlich? Ah, wo bleibst du mal? Ich wurde eben erst im Jet gespawned. Komm aus der Scheiße raus, tut leider Jutta. Oh shit. Oh shit. Tut mir leid. Also ich, heute gehen wieder mal die, 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 die Hamster mit mir durch. Das ist nicht zu fassen. Tut mir auch echt leid so. Das ist doch Jugendlicher grad gesagt. Jugendlicher Nazi? Was? Was? Alter, das ist doch nicht so offensichtlich. Junge. Sei mal nicht so offensichtlich. Komm zu dir Marcel. Ah Marcel, pass auf. Pass auf. Hier sind irgendwo Gegner auf der Map. Hier jetzt. Darauf wär ich nicht gekommen, ohne Scheiß. Nee. Leecho Store of Aimbot. Womit heißt er nicht Leecho Steel? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Sagst du die ganze Zeit Creeper oder was? Ja. Ja. Oh mein Gott. Au was ist das denn? Ja guck das. Marcel du brauchst Leben. Du brauchst Leben. Ok dann nicht. Wenn du stirbst, bleibe ich nicht. Brauch Leben. Au ich brauche auch Leben. Ja. Alles krank. Ok ich habe Leben. Al. Au. Weg. Weg. Lauf. Hä wo bist du? Jens rannte die ganze Zeit in uns. Alter. Mark. Mark. Toll. Der war da nicht mehr. Doch. Der wird sich aber kaum in Luft auflösen. Ja ich bin um das Ding rumgelaufen. Oh Mann ey. Ah der hockt auf dem Leuchtturm. Ey leuchtturm. War das grad geil. Nicht Leuchtturm sondern auf der Stange. Was? Du sitzt auf der Stange? Da kämmt jemand auf der Stange ey. Ha. So ein Nazi. Oh nicht schon wieder mit Nazis hier ey. Mark jetzt reiß dich. Jetzt reiß dich mal am. Hallo. Au. Argan. 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 Was? Mark. Was? Mark. Mark. Oh. Yeah. Steil. Meine Fresse. Achso. Uns fehlt nur noch A. Dann fahren wir halt zu A. Nein. Wo fährst du hin? Äh zu A. Nein lass ihn nicht on. Jetzt ist der Arsch auch noch bei uns. Alter. Hier ist ein Gegner. Alter steck jetzt aus. Schiss. Oh. Oh da. Shit. Er hat mich. Nichts wie weg. Kann mich jemand wiederbeleben? Da sind. Oh ja sag ich. Ihr seid umzingelt. Mein Gott. Ne. Götter sind scheiße. Argan. Medic werden nice. Oder Mark. Mark. Ja ich bin. Ja du läufst weg. Alter ich steh hinter dir. Ja ist doch draußen. Hallo. Ja ist draußen. Hallo. Oh warte ich will lieber kurz hier alle in die Luft fahren. Warte. Drei. Zwei. Eins. Die sind nicht hoch gegangen. Jetzt. Hä? Wieso. Da geh ich jetzt gar nicht ran. Nö. Nö. Das war ein Blindgänger. Auto. Autsch. Ja. Habt den. Von wo? Hinter uns. Boah. Ehrlich. Hä? Wird nur noch durch Tanks oder Fahrzeuge getötet. Sind Tanks keine Fahrzeuge? Ja aber andere Fahrzeuge. Achso. Ja die waren hier doch gerade eben alle. Und man kann Tanks auch als Fahrzeuge mit mächtig bumm bezeichnen. Mächtig. Mächtig bumm sind. Nö. Oh die sind da oben. Da ist Achilles. Schießt die in die Sehne. Die Menschen sind da oben. Die sind da oben alle bei A. Achilles ist tot. Argan blockier mich nicht. Doch. Doch. Ah ich hab keine Muni mehr. Ich brauch auch gleich Muni. Wo ist Jens? Der Hefford. Was ist mit mir? Der Hefford. Du rennst gerade bei A. Wie so ein Wahnsinniger. Vor dem Hefford weg. Ja genau ey. Ach komm. Das ist doch. Das ist doch. Das ist doch scheiße. Ja. Oh. Immer Adrian ey. Immer dieser Hotten Totten. Hotten Totten. Marcel pass auf. Ich spawne. Jetzt. Oh mein Gott. Ah. 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 Okay. Ich geh hier in die Richtung. Wieso? Was soll ich da unten? Das ist A. Oh. Geh wir zu E? Geh wir zu E? Ne B. Na komm. Ja hier. Ouch. Wo ist der Jetson? I need a medic. Ja. Jetzt. Ich freu mich da. Hier. Mach's halt. Hier. Ne. Was? Hier. Hallo. Ja. Ist falsch. Ja. Gleich bin ich voll. Ja ich bin gleich voll. Also noch eine halbe Stunde und dann bin ich voll. Voll mit rum und dann geht's ab. Im Jet fordere ich jetzt Reparatur an, weil die mir so viel bringen wird. Ha 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 ha. Ha ha ha. Angell komm lande hier. Ich kapier dich. Ja. Nein. Doch. Ist ja so perfekt. Da hätte ich im Sturzflug dann auch zwei wechseln und dann probieren die abzuschießen. Marc von irgendwas heftigen werden wir hier gerade abgeschossen. Ja Mörser wahrscheinlich. Okay. Könnten wir ein Auto haben. Boah. Oh ja jetzt können wir ein. Ach egal. Alter wieso spawnt hier kein Auto. Ich lauf da jetzt nicht 400 Meter zu A. Geht doch. Geht. Ich bin gleich da. Scheiß. Ja ja. Ne. Alles im Bereich des möglichen. Obwohl ich werde wahrscheinlich gleich abgeschossen, weil ich einfach direkt drauf zulauf. Aber jetzt gar kein Gegner mehr bei A. Oh shit. Bei A ist kein Gegner mehr. Hä wo ist denn der? Hast du Tomaten auf den Augen? Oh je. Wo ist denn der? Kann mich schon wieder nicht vorwärts bewegen. Oh kommt. Das war nicht. Der konnte mich gar nicht messern. Ach Marc. Das war kein Mörser der auf uns geschossen hat. Das war ein Panzer der bei denen am Spawn steht. Oh. Ist doch sowas ähnliches. Ist doch sowas ähnliches wie bei A. Wie cool wenn es so einen Mörser gäbe. Oder so einen schweren Plakatriller. So jetzt bin ich hier bei dem. Guck da fliegt der Schuss. Tschiuuu. Alter wo bin ich denn jetzt gespawnt ey. Ate an. Na ja. Kurz vor A. Ja. Ihr seht hier den Panzer dahinten. Tschiuuu. Alter wir werden doch hier einfach nur abgesnipet. Wir sind doch wie das Moorhuhn jetzt. Hey. Guck mal da rechts zum Spawn der Gegner. Aua. Guck ich war schon getroffen. Ich auch. Lass doch mal einen Medic während des Aufens raus. Ja. Einfach so in die Luft. Ja mach ich doch. Ich kenn mich da aus. Nee. Bist verkackter Noob. Sieht man doch an Apian Statistik. Wieso. 21 29. Mit 5,2k Punkten. Na und? Ja. Wo sind die Gegner. Hey da ja die Gegner. Ich bin tot. Ich wurde getroffen. Der kein Medic bei hat. Wiederbeleben. Na und? Wiederbeleben. 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 Geht nicht mehr. Warum löst du mich zuerst wieder und dann den anderen Spacken. Ja. Da liegt übrigens noch einer. Und wir werden hier übrigens gesnipet. Aber das fällt ja auch kein Problem. Und zwar von der Hütte da hinten. Wir werden von der Hütte gesnipet. Von hier. Von der hier. Da lag. Wie kann die Hütte schießen? Ja der hier. Der hier unten. Guck jetzt hat er mich schon wieder gesnipet. Könnt ihr mich wiederbeleben? Schnell. Ich bin immer noch Pio. Da ist er. Da steht er. Ich kann den Sniper ausschalten. Ist er tot? Ja. Hab ich nicht mal Punkte für bekommen. Oh der fliegt auf den Boden. Oh shit. Okay das ist. Das ist ganz böse hier was wir machen. Das ist schon fast illegal. Guck mal der Jet da. Lebt der noch? Ja der lebt noch. Und er ist noch alive. Oh Gott. Oh hätte ja klappen können. Bist du tot? Nein ich hab auf ihn geschossen aber das hat nicht geklappt. Und das hätte klappen können. Auf zu C. Oh du darfst doch nicht mal sagen. Jetzt ist doch der. Der. Ja dann soll er doch kommen. Hast du eins vor ihm oder was? Leid ihm doch auf zu weh mag. Hast dich vergessen. Der sprengt mich wieder in die Luft ey. Dann ist ein Sniper aus dem auf dem Berg. Ich hab ihn markiert. Hier gibt es erstmal Leben. Vielleicht ist auch einer. Alter. Alter. Das Blizzard. Ey wir gewinnen das Ding noch vielleicht. Ja. Da ist Aliens und jetzt bin ich dort. Oh meine Fresse. Da hätte ich doch beinahe wiederbeleben können. Equalibrum. Och nö. Was ist denn? Aber dass irgendwie alle laggen wenn sie sterben. Versteh es nicht. Ding mal weg von mir ich bin am nachladen. Dauert ein bisschen was länger bei mir. Okay. Jetzt töten ihn. Schnell zu B. Schnell zu B. Schnell zu B. Schnell zu B. Ja. Gehen jetzt ab. Wie geht er? Ich dachte was war ich denn da? Ah jetzt töten. Was war jetzt los? Ich hab so viele T-Mails um mich herum stehen. Ja. Kann man wohl so sagen. Marcel bei dir neben dir. Ey ich bin gar nicht am Leben. Achso. Das warst du gar nicht. Nein. Jens bist immer noch bei C. Danke mal. Ja natürlich. Gut. Wieso? Ach nur so. Seht sie sich wieder ankommen oder was? Vielleicht. Ups. Hier gibt's weh. Ah krass. Mit Buggy bei dir bleiben. Buggy bleiben bei... Weiß ich. Hä? Wo kam der denn jetzt her? Da vorne hat er eingekillt und dich mal. Ah fuck. Wenn du kannst dann rei mal schnell zur Mauern. Du weißt nicht auf mich. Ja ich wollte gerade. Dann wurde ich gesnipet ey. Hätte ich nicht auf dich gehört wäre ich vielleicht nicht gesnipet worden. Scheiße. Du warst schon tot wo ich es gerade sagen wollte. Ja. Genau. Ja das war so. In true lass dich mir hier nicht anziehen. Ja ich zieh dir gleich an. Der passt ja auch gar nicht. Genau. Cinderella man. Cinderella. Neues Eminem Album kommt übrigens. Am 27. Mai. 2000. Und. 12. Äh 13. 2012. Bittereister für in die Vergangenheit. Alter. Mark. Hast du mich gerade rewived? Nein. Okay Adegan. Das ist eine ganz große. Ich bin tot. Hast du mich gerade rewived? Nein. Ich hab dich vielleicht rewived. Aber da war keiner mehr. Adegan bleib drin bleib drin. Ich rüber hier. Alter steig in den Panther ein. Ich bin drin. Schieß. Der Panzer. Mach ich fertig. 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 Hab ich ihn getötet? Ah der Panzer wird markiert. Also vorsichtig. Hau ihm die Kürmer weg. Wo ist denn noch was? Was noch? Nock? Au. Ja. Ach. Nöööö Ich seh gleich nix mit dem reparieren Dieses Schweißlicht da wird man blind bei Wo seid ihr schon wieder? Da dahinter ist ist der Panzer Du solltest dich nicht mit der Heckpanzerung zu ihm stellen Das ist das Dämlichste was man tun kann Markier ihn auch gerne Tatsacampu k Pokell Ach und der überlebt jetzt oder was? ah nee das war mein kill wenn ich damit gestorben bin nein die säule skippt um die säule nicht das schöne ding oh mein gott ich darf nicht immer so oft das wort n benutzen wo ist die säule eigentlich gleich auf mir drauf die hat mich jetzt nicht wirklich getötet oh gott unser halbes team ist gott durch die säule krepiert wie schlecht sind die eigentlich auf jeden fall diesmal war unser team nicht so schlecht der unterrest ist alles scheiße aber wir waren richtig gut wir waren sogar doppelt so gut wie das andere team einfach weil marcel wir haben richtig gut zusammen gespielt muss ich mal sagen ja doch war schön war eine schöne runde fehlte nur die vierte person die uns mit munition beliefert wir hätten gewonnen jens hab gewonnen und man 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 so egoistischer also bis zum nächsten mal leute chao tschau 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 Bis zum nächsten Mal.